moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video ihr seht ich habe meine mütze auf und es wird arschkalt und naja es waren schon ein paar leicht frostige tage so um null waren schon am start einmal minus zwei habt ihr sogar ein video gesehen naja und nun schrieb mich stefan an stefan ist der wo ich meine heubänder weg habe sagt er du sag mal ist jetzt sehr kalt und so wie sieht es eigentlich mit dem frostschutz aus bei deinem 844 und ich lese den nachricht und guck so gut dass du das sagst da ist glaube ich nichts drauf weil die jungs der kühler leckt glaube ich und die jungs haben immer noch wasser drauf gekippt naja ist wahrscheinlich sowieso nicht allzu viel kühlwasser drauf aber das was drauf ist das kann natürlich gefrieren das wollen wir natürlich nicht und jetzt kriege ich gleich besuch von lukas lukas hat ja einen eigenen kanal landwirt sh heißt er ich verlinke euch den gerne hier oben und auch in der video beschreibung der macht der auch so einen kleinen knubbeldeutsch und aber auch der macht halt ja also richtig landwirtschaft der hier arbeitet dann im lohn nicht also für so einen großen landwirt quasi sei dann mehr oder weniger angestellt zeitweise und macht da dann die richtigen geschichten mit richtigen treckern mit 300 ps oder so das hat er alles auf seinem kanal könnt ihr dann gucken die dicken kalonten hat er dann start genau auf jeden fall kommt der heute weil wir sind schon länger in kontakt und dann hatten wir es drüber und eigentlich wollten wir quasi den mittwoch nach dem unfall da hatten wir eigentlich geplant dass er kommt und da wollten wir 844 mal was regeln was richtig reißen so und dann kam der unfall dazwischen aber das musste ich ja absagen und jetzt sage ich ziemlich so alter ich sage hier friert und so hast du zeit ich habe zeit also kommt jetzt vorbei und der hilft mir jetzt mal den 844 unter lupe zu nehmen und mal ein bisschen frosche zu machen mal ein bisschen gucken dies was jenes ich glaube wird ein interessantes video nun weiß ich allerdings gar nicht wie das ganze jetzt sitzt beim 845 ob er auch so einen hahn hat oder nicht das müssen wir uns eben einmal zusammen angucken und dann sehen wir weiter ich habe schon ein bisschen was gekauft für lukas wenn er gleich kommt so dass man schön kaffee trinken können und zwar habe ich für 844 werkstatt hamburg regelhydraulik dann habe ich werkstatt hamburg getriebe dann habe ich werkstatt hamburg fahrgestellt und dann habe ich betriebsanweisung 844 und ersatzteil katalog 844 das habe ich mir aber nicht selber gekauft das hat mir irgendein verrückter zuschauer von euch vielen dank an dieser stelle wirklich vielen 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 dank zugeschickt die drei kamen quasi zusammen und dann dauert das ein paar tage weil das ist schon teuer und dann kam das ding und das ding kostet glaube ich 70 euro oder so das ist richtig teuer und das schlimmste ist da war nicht kein zettel war ich habe keine nachricht bekommen nichts das ding kam einfach ich meine ich verstehe das ja das einige sagen ja was was tut etwas gutes will aber weder erwähnt wer noch alles andere alles gut wer damit glücklich gut ist freue ich mich täglich drüber ich möchte mich natürlich mal gerne bedanken also an dieser stelle erst mal vielen lieben herzlichen dank und das hilft mir natürlich bei der ganzen restauration unheimlich weiter das ist quasi die bibel für den 844 jetzt mega cool und in dieser betriebsanweisung habe ich nämlich auch alles gefunden was ich wissen muss und zwar steht hier nämlich auch drin hier froschschutz bis minus 20 grad wurden die abwerk ausgeliefert was man halt beachten muss und unter anderem auch ablassen des froschschutzes und zwar ist hier eine ablassschraube und da am kühler ist eine ablassschraube kein hahn sondern eine ablassschraube und hier steht auch wasser absperrhahn bild 15 öffnen und sind die alle nummeriert die bilder das heißt bild 15 müssen wir ganz nach vorne bild 15 hier ist es nämlich weiß nicht ob das gut erkennen kann hier ist der absperrhahn für den wasserkreislauf für die heizung oben in der kabine die ist bei mir natürlich sowieso nicht intakt weiß ich nicht ob das überhaupt quatsch ist oder nicht das müssen wir mal alles gucken auf jeden fall weiß ich jetzt schon mal wo ich den ich hätte nicht gewusst dass ich am blog auch eine schraube lösen muss also richtig geil diese bücher helfen ein unwahrscheinlich mega cool ja würde ich sagen wir warten jetzt auf lukas dann gibt es ein schön käffchen und dann geht es los am ort des geschehens angekommen und hoher besuch ist da mit gegenlicht wir müssen sie wir müssen nicht mal ins rechte licht rücken da sind wir da sind wir du bist landwirt sh von youtube instagram und ja lukas lukas bist du aber der fährt normalerweise die richtig dicken kalunden das ist hier eigentlich eine andere liga aber du hast ja auch so einen ganz kleinen hüttel ne ja also von daher genau und hier ja lukas hat langweide gehabt und hat gesagt ich muss unbedingt drei stunden auf autobahn sein ja unbedingt war ganz toll ja richtig und jetzt ist er hier und jetzt wollen wir mal gucken dass wir habe ich ja gerade erzählt schon beim 844 mal das wasser wechseln gucken ob was drauf ist und wenn ja das wird gar nicht ein vorschuss drauf sein also bin ich mir ziemlich sicher das kuppen war das nach dafür würde ich sagen wo bin aber erst mal raus also nehmen wir ihn jetzt erst mal raus da muss der stapler raus da muss der anhänger raus und dann kann der iac raus und könnte man das nicht auch da machen in der dunklen ecke würde ich jetzt nicht filmen und würde das ganz normal für mich machen dann würde ich das da in der ecke machen aber weil wir sehen wollen muss eben alles raus und dann kann man den 844 auch wieder ans licht holen und genau dann gucken wir mal und vor allem was viel wichtiger ist springt er überhaupt an weil er steht schon seit drei monaten würde ich behaupten ja und wir haben es um 0 um 0 grad aber ich bin mir ziemlich sicher weil das ja neusser ist der will laufen der will laufen also wir dürfen gespannt sein schreibt mir die kommentare springt er an oder nicht hängt ja auch von der batterie aber ich glaube dies das müsste eigentlich passen hier tippt mal jetzt rein was ihr meint nicht ist top die warRI ist der ein neuer das könnte mir doch eigentlich nicht nicht da das könnte mir nur um die sind wiederupert aber noch GameC вторigen das mag die batterie am liebsten da steht die voll drauf jedes mal springe ich hier runter noch und das ist nicht so gut muss ich immer aufpassen so dem musst du empfangen oder muss er wieder integriert werden oder rehabilitiert wenn ich geht dann muss sagen kannst du immer mal den benzin hahn aufdrehen muss dich draufklettern und unter dem dieseltank ist quasi der benzin diesel hahn und wo du gerade dabei bist der knochen der muss auch ganze jahre genau gar nicht echt auch so viel ja so hier ist genau da links auf der linken seite ist der knochen den strukt noch nicht muss aber noch unten machen reskrieg wohl hin ja deswegen da bin ich nicht hingekommen so mal gucken was ich hier jetzt weiß ich noch nicht nach wie viel wochen sind jetzt vier wochen kann man ja mal ein bisschen was machen obwohl ja immer alle sagen ja ich muss vorsichtig sein das stimmt ja auch aber so ganz einrosten geht auch nicht so dann wollen wir mal gucken hier so Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, ihr habt jetzt alle fleißig in die Kommentare geschrieben. Wir haben jetzt alles rausgeholt, was man so rausholen muss, glaube ich. Und jetzt starten wir ihn mal. Wie gesagt, um 0 Grad, arschkalt. Ich versuche, mich hier mal reinzuklären. Aber wie geil er hier in die Ecke passt, oder? Das ist schon gut, ne? Guck mal, richtig behindertenfreundlich. Hier mit dem Griff und keine Tür drin und so. Das ist schon gut. Ich glaube, hier ist schlecht Wetter in der Halle. Hä? Hier ist schlecht Wetter in der Halle. So nehmlich. Oh ne, wie geht's? Der ganze Musterkurven hier. Man schimmelt schon, oder? Ja. Der ganze Schalhebel ist hier am Schimmeln. Das ist schon länger hier nicht mehr benutzt. Ich sag euch das. Wie auch, dass ihr dann am Schimmeln. Zieh mal nass. Toll. So, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier, was habe ich denn hier gemacht überhaupt? Ist das hier auf Leerlauf, oder was ist das hier? Drücken wir mal runter? Ne. So, jetzt hier. Jetzt ist Leerlauf. Machen wir mal gucken. Ich mache euch jetzt noch ein bisschen mehr Menge Einstützung. Das sieht schlecht aus. Das ist nicht schlimm. Dann müssen wir überbrücken, Gerds. Ja gut, haben wir wenigstens was zu tun in dem Video, ne? Da bin ich langweilig, ne? Ich kann ja nochmal, aber da bin ich nichts mehr. Das ist das war's. Aber er hustet schon ein bisschen was raus, ne? Aber er kriegt die Drehzahlen nicht. Es ist halt kalt, ne? Kälte ist halt nichts. Kann man ihm nicht verdenken, ne? Siehst du wohl. So. Geil, das ist alles so dunkel. Das ist hier. Ich habe jetzt hier meine Powerbank, die habe ich ja schon seit Jahren. Ich weiß nicht, drei, vier Jahre, drei Jahre habe ich die schon. Gibt es übrigens immer noch, zu kaufen. Ich glaube, das musst du ja machen, ich kann mich da nicht so reinbiegen. Ich mache dir aber Licht. Wichtig ist Plus an Masse. Das funkt nämlich klasse. Wo legt man denn die am besten hin, hier? Die kannst du auf die Batterie legen. Ja, deswegen. Und wenn ich das dann machen soll, da braucht nichts. Das ist ein Traum hier. Ja. Willst du von dieser Seite, kannst du vielleicht besser rankommen. Aber nun bist du auch schon da, ne? So. Geht das nicht? Ne. Ja, vielleicht reicht das dann Kontakt. Kontakt ist dran, muss ich jetzt noch etwas drücken, wie war das auch noch? Ne, leuchtet schon, ne? Er leuchtet schon grün, dann wollen wir mal gucken, was er sagt. Das ist das für heute. Also Leute, die Leute in der Kirche von Tempel und der Kirche von Tempel, hier und vor allen dingen immer noch 94 prozent mehr das ding ist der hammer dass der ausdruck also was dachte jetzt hat das gedacht dass er so eine drehzahl hat wo sich wenig mal die fahne vorhalten weil ich das ding ja auch schon seit drei jahren oder so habe und immer wieder am einsatz ich hatte ja zwei jahre lang bei meinem aufsatz mehr eine kaputte batterie dann habt ihr jedes mal damit gestartet mit dem ding ich meine aus jetzt mehr so keine herausforderung aber es hat enorm viele staats hinter sich und ich verlinke euch das teil und weil ich weiß das ding gibt es immer noch und das ding ist echt gut kann ich wirklich empfehlen wie gesagt habe ich schon seit ein paar jahren dann fahren wir mal raus den zossen oder ja Halt! Halt! Leni! Du bist aber froh! Leni! 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 Das ist der Augenmaß! Nicht viel! Ja guck! Da steht er draußen! Mach ich ihn gar nicht ausmachen! Aber wissen wir wohl! Ja guck! Sieht ein bisschen traubiger aus der Trecker! Das sieht dann gut aus! Das sieht dann gut aus! Das sieht dann gut aus! Wenn er ein bisschen Liebe kriegt! Aber er läuft schon ruhig! Der Auspuff hat lang! Ja! Das hat er! Das war der letzte Randauspuff! Aber der klingt gut! Ja komm! Müssen wir ausmachen! Nützt nichts! Müssen wir! Jetzt sieht man auf jeden Fall nochmal hier mit dem Schimmel! Hier! Alles so ein bisschen... Naja! Länger gestanden! Aber das ist ja doch gut belüftet! Ja! Aber ja! Wenn die Luft steht da drin, weiß ich auch nicht! Gut! Dann... Was sagten die... 12 Uhr! Gleich mal eine Tochter vom Kinderraten abholen! Ähm... Ja! Gucken wir gleich mal! Erstmal ein bisschen Werkzeug zusammensuchen! Was wir so brauchen! Und dann geht's gleich los! Geht das wohl selber hin? Na na! Und dadurch hier gleich noch hier... Dass ich gleich zusammenbreche, sagst du? Aber das geht! Das ist ja wie ich keine 5 Kilo glaube ich! Ja! Ich hab ja einen 5 Kilo Schein! 5 Kilo Schein! Alter! Weißt du was ich da früher für gegeben hätte beim Wohnen? 5 Kilo Schein! Wir sind leider 20 Jahre zu spät! Ja! 20 Jahre zu spät! Oh ne! Die MG kann ich nicht fahren! Wie wir ja gerade alle gelernt haben, hat dieser Trecker ja zwei Ablassschrauben! Also haben wir einen schönen Eimer! Zertifiziert, TÜV geprüft! Nagelneu eigentlich tatsächlich! Ohne Loch? Ja sicher! Der ist neu! Fast! Wollen wir mit der im Block anfangen? Die ist ja höher die Schraube würde ich sagen oder? Komm und machen! Ja! Dreh doch mal lose! Du bist jetzt der Schrauber hier! Weil ich kann mich ja nicht so tief bücken! Weißt du was? Ich komme mir vor wie so ein Krankenpfleger! Jetzt mein Vater hatte Schulter-OP! Konnte 6 Wochen lang nichts machen! Hatte hier Holzarm! Achso! Verbannt! Ja! Muss ich alles zu Hause machen schon! Die ganzen schweren Sachen! Und jetzt komme ich hier wieder! Weißt du wie meine Frau sich fühlt? Die muss die ganze Zeit Holz reinholen und hacken! Und so einen Scheiß! Du machst das schon! Ich schule jetzt um! Du schulst jetzt um! Aber wenn du so krankenpfleger mit so einem Job bist! Das wäre schon cool! Das wäre schon cool! Nicht von wegen hier im Krankenhaus Windeln wechseln! IH-Schrauben! So! Wenn das jetzt nicht passt bist du schuld! Du hast gesagt 17! Habe ich gar nicht gesagt! Nö! Guck mal wie das passt! Du hast Augenmaß hier! Bestimmt gleich die Schraube! Wenn das so rund meine ich war! Bestimmt die Schraube abgebrochen! Ja! So! Die Knarre? Ja! Die hat ein Werk! Leider! Da musst du schon vorsichtig sein! Die Knarre ist schuld! Ja komm! Das sieht aber sehr athletisch aus was du da machst! Ja! Endlich mal einen vernünftigen Trecker schrauben! Oh eh! Dann geht schon wieder nichts Lose! Boah Junge! Jawoll! Die ist auch noch nie Lose gewesen! Wahrscheinlich kommen sie jetzt in den Kommentaren Die schraubt doch nie jemand Lose! Die wusste aber gar nicht, dass die gibt! Ja genau! Wahrscheinlich haben wir jetzt den Motorschaden ausgelöst! Vielleicht fällt ein Kolben runter! Wahrscheinlich! Kommt hier gleich so eine 2-Meter-Fotäne raus! Und bin ich nass! Ich glaube da kommt nichts raus an Wasser! Der ist schon trocken wie die Sahara! Ah kommt schon! Nee! Wasser kommt schon! Ja? Junge! Das ist die Frage! Halte ich den Eimer da unter oder hier so vor? Nö! Da unter! Kannst die Schraube auch noch reindrücken ins Gewinde! Guck mal du! Alter! Wenn das farbig ist, dann fresse ich den Besen! Und du willst hier Froschschutz drauf sehen! Ja geil! Oh! Oh! Dann machen wir ein bisschen Froschschutz drin sein! Sieht zumindest so aus! Oder irgendwas anderes! Oder irgendwas anderes! Hauptsache kein Öl! Das ist wichtig! Siehste! Also alle 8,44 Leute! Ihr habt da auch eine Ablassschraube für Wasser! Dann lassen wir das jetzt mal laufen! Und dann wird der Kühler entfeuchtet! Eigentlich müssen wir mal hier Deckel aufmachen, ne? Dann mach doch mal! Aber dann schießt das sich ja richtig raus! Weißt du? Von der kurzen Zeit? Ja! Nee! Wegen Unter... Weil er dann ja kein Untergrund mehr hat! Ach so! Probier mal! Ich geh mal weg! Ich geh mal weg! Ich halte hier die Kamera drauf und du drehst ihn mal auf! Jawoll! Siehst du? Ja! Ja, mach das ziemlich leicht! So! Oh ja! Lass mal lieber drin! Lass mal lieber drin! Da schießt ihr gleich raus, Junge! Wir machen das lieber langsam! Die ganze Kamera schon voll! So! Ich habe jetzt Kolder! Da ist eine Tabelle drauf! Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann! 2 zu 1 wären... Äh... Minus 18 Grad! Und 1 zu 1 38 Grad! 2 zu 3 25 Grad! So! Eine Spaghetti Bolognese! Und einen Regenschauer später! Äh... Sind wir wieder am Start! Ähm... Froschschutz haben wir hier! Wasser müssen wir da noch holen! Ähm... Aber Zoll und Kühler? Kann sein! Wenn es ein IH-Kühler ist... Naja! 15 ist zu groß wird es nicht zu knapp! Dann nimmst du 15! Und die Nüdel ist schön die Schraube! Ja! Das sind die gewohnt! Das ist ja normal! Als ob hier jemand Zollwerkzeug in Deutschland hat! Dann werde ich mir mal ein Haltungsladegerät daran knoten! Dass die Batterie mal wieder ein bisschen fit wird hier! Alter, da hast du ja auch eine Geschichte zusammengebaut! Rohr an Rohr an Rohr! Jawoll! Siehste! Hat der hier irgendwie einen Ablauf unten in der Wanne drin? Oder? Das weiß ich nicht! Das sehen wir gleich! Na geil! So! Jetzt könnte man auch sagen! Geil! Lässt du Wasser ab! Und dann fährst du den rein! Weil den zerlegst dir so bald! Dann kann man nichts einfrieren, wenn kein Wasser drin ist! Grundsätzlich eine geile Idee! Bloß ich habe tatsächlich Angst, dass da noch irgendwelche... Ich weiß nicht, wieviel Frostschutz auf dem Wasser drauf ist! Ne? Könnte man auch messen! Ich habe aber leider kein Messgerät! Ähm... Ich traue dem Ganzen nicht! Und... Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie noch solche... Wasserkanäle drin sind! Wo das Wasser halt drin stehen bleibt! Und... Dann kaputt friert! Also dann auffriert im Zweifel! Und dann dadurch ein Motorschaden entsteht! Da habe ich das lieber, dass ich jetzt wieder Wasser auffülle mit genug Frostschutz! Das Ganze einmal durchlaufen lasse! Dann somit halt den... Ja... Den Frostschutz halt überall durchspüle! Und gehe somit auf Nummer sicher, dass das Ganze nicht kaputt frieren kann! Ja... Ich und Lukas hatten nämlich gerade auch schon die Theorien! Und... Und waren da am Fach simpeln! Aber glaube ich, tatsächlich ist mir das lieber, da jetzt einmal ein bisschen Frostschutz zu investieren! Fünf Liter in dem Fall! Und ich kann das ja auch sogar wiederverwenden! Das ist ja nicht weg, das Zeug! Und... Und gehe dafür auf Nummer sicher! Nicht, dass ich mir noch einen Motorschaden riskiere! Wegen so einem Quatsch, ne? Junge, das ist ein Foto, da kommt man gerade in so einen Katalog für so einen Service-Mechaniker! Ich kriege ja bei dem Mann Bock auf Karibik! Ja, ne? Schön mit dem blauen... Schön blaues Wasser! Wie heißt das auch normal hier? Blue Karassau oder so? Ui yo! Blue Karassau? So, warum? Schönen Cocktail reinzünden! Auf geht's! Zitrone rum! Guten Appetit! Vielleicht sollte man noch so einen Zuckerrand da oben den Deckel machen! Hahaha! Aber die Kanne ist geil, ey! Mit den Trichtern, das gefällt mir immer wieder! Vor allem mit dem Deckel ist das gut! Ja! Leht nicht rum! So, nun habe ich in den ganzen Unterlagen, die ich habe, nicht die Füllmenge vom Wasser gefunden, ne? Ja! 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 so dass wir mal ein bisschen laufen das ganze mal so ein bisschen in Ballung kommen und dann und ganz viele wollten ja wissen tatsächlich haben das wirklich viele geschrieben ich soll mal die Auspuffe tauschen von 6,33 auf 8,44 ich habe das mal gemacht das kannst du eigentlich keinem anbieten aber ich will machen das jetzt mal das passt jetzt auch nur weil das ein Nachbarauspruch ist ich glaube der Original ist 2 mm Durchmesser kleiner wie der von 8,44 aber dadurch dass das ein Nachbau ist sind die alle gleich wir werden fangen wir werden fangen anbieten Ja, ich weiß, dass man kein Urushi zuhört, ne? Ich weiß nicht warum, einige sagen ja auch, ja, da musst du da irgendwas absägen und da muss ein Loch rein und nee, das hat damit nichts zu tun, das ist einfach, ich weiß nicht warum, aber es ist der eine Fall, der andere nicht, ist aber nicht schlimm, ne? Also, wer jetzt ein anderer Ausdruck braucht bei mir, dann, ich würde, also die Linge haben, in gutem Zustand, kosten 450 Euro, gebraucht, in gutem Zustand, 450 Euro, nur das er pfeift, das würde ich kaputt nicht ausdrücken, willst du da rausgehen? Nein, eigentlich müsste das schon was sein. Oh, das ist doch klar, das stehen auch immer wieder oben. Ja, wir warten noch mal einen Moment. Wir können gleich noch mal den 6.33 Ausbruch test machen, wenn wir den reingefahren haben, dann tauschen wir mal die Ausbrüche und dann machen wir das bei dem auch nochmal, damit ihr das mal seht, was das bringt und was nicht. Er läuft wie ein Uhrwerk, das gute Ding. Ich habe auch richtig Bock, da wieder beizugehen, also das ist tatsächlich, also er muss jetzt unbedingt bald mal zu seinem zweiten Lebeneffekt werden. Kommt alles. Dann würde ich sagen, fährst du ihn jetzt rein und dann können wir den Ausbruch nochmal auf den 6.33 parken und mal gucken, was der so sagt. Weil ich kann mich nämlich schlecht umdrehen, dieses Wirbelsäule umdrehen kann ich nicht, also dieses Verdrehen. Und dann sehe ich nicht, wenn ich den Rückweis reinfahre, nicht, dass ich mir da was kaputt fahre. Außerdem ist der Mann gut versichert, dann kriege ich hier eine neue Halle. Darum weiß ich ja gar nichts. Auf geht's. Die Kopplung, die ist so tot, die kommt erst, wenn du den ganz loslässt. So, er hat ja schon zigmal, ist ja viel öfter schon 844 gefahren als ich. Der hat sogar ein Video, ich glaube, das ist noch online, vom 844 Turbo, umgebaut auf Turbo. Auch richtig edles Teil. Kannst du ihn mit dem wegen natürlich nicht vergleichen. Der Dack hat so eine Foto, das hat er noch nie gesehen. Geh mal Gas! Dass man das nochmal hört hier. Aber ganz ehrlich, der Trecker, der ist vom, also ja, man sagt bei uns immer, vom Schlag her mache ich den unheimlich gern leiden. Ich mache den unheimlich gern leiden, weil er von der Größe her, ich weiß nicht, das passt alles zusammen. Länge, Breite, Höhe, auch vom Ding her genau, also ich stelle mir das richtig gut vor, also der passt hier gut her. 844, deswegen, weiß ich nicht, fand ich so cool. Das ist auch ein Brot- und Brotter-Trecker, ne, auch zigtausend Mal gebaut worden, darum geht's auch nicht. Ich brauche nicht immer was Besonderes, das muss halt nur passen. Und das, also ich glaube, der Trecker, der ist schon cool. Und allein wie der läuft, ne, wenn man ehrlich ist, der läuft auch echt gut. Den werde ich auch auf jeden Fall nicht öffnen, ne, also der bleibt so wie er ist. Der wird auf jeden Fall nicht geöffnet, der Motor, weil der 2008 schon komplett gemacht wurde. Und wenn er, und wenn er nicht, ein bisschen zurück. So, so ist super. Alter, die Bremslichter gehen ja auf, Digga, beide sogar. Geil. Wusste ich gar nicht, dass er sogar Bremslichter hat. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, aber total happy mit dem, also wie gesagt, noch ist alles im Arsch und alles kaputt, ja. Aber ich bin total happy mit dem Trecker an sich, wie der läuft, springt eigentlich immer an. Klar, wenn er jetzt nicht drei Monate gestanden hätte, dann wäre es natürlich noch besser gewesen, aber da kann der Trecker nichts für, sondern nur die Batterie. Das sieht aber gut aus, was du da gemacht hast. Jo, ich habe einen Krampf im Bein, weil ich die ganze Zeit den so, ich saß da so drinnen. Ja, die Kupplung ist, hast du dann schon mal erlebt, so eine Kuppe? Nee, nee, und vor allem beim Vorwärtsgang ist das Kupplungsgefühl auch anders, als wenn du rückwärts fährst. Und beim Rückwärtsfahren, da hast du das Gefühl, du musst die Kupplung nur an, also du guckst die nur an und denkst, ganz abgefahren. Aber du musst sie mal reinziehen, was dazu gehört, die Kupplung so weit runter zu reiten. Also, das ist schon heftig, oder? Da brauchst du schon was für. Meisterleistung. Ja, ehrlich, das ist schon gut. Aber er fährt noch. Ja, und der Motor läuft echt gut, ne? Der läuft tipptopp. Also, das ist das Beste daran. Die Bremsdichter gehen, habe ich gerade gesehen. Geil, wollte ich das schon mal nicht machen. So, gleich noch ein Blicker, komm mal. Ja, so, eine Anhänger rein und dann kommt der Stapelinski rein. Da war Lukas gerade richtig von, er sagt, der alte hat, der ganze Boden bebt, ja, ich sehe ja, wieso. Ja, das kommt im Video nicht so rüber, sagt er. Das Ding ist die Hölle. Das ist einfach nur die Hölle. Honeckers Rache ist das, mein Lieber. Ja, das ist es. Gut, aber, ganz ehrlich, also, übertrieben bei mir, übertrieben. Also, der war für den Bau super, auch mit Steinpaletten und so, aber jetzt, für ein bisschen Holz fahren. Aber hier auf dem Schotterplatz ist das natürlich ideal. Ja, ja, der kann, der fährt da rüber, ne? Das siehst du ja, der fährt da einfach rüber. Wobei viele damals sagten, das wird auf Schottern nichts, der versinkt dir. Ja, komisch, wo sind die ganzen Stimmen? Also, ich sehe es, also, der fährt doch. Also, Allradstapler. Ja, genau, richtig. So, jetzt machen wir den Trecker-Soundcheck nochmal andersrum, also sprich mit dem Klifa-Auspuff auf dem 633. Wie ihr normalerweise kennt, wisst ihr ja, das brauche ich euch ja nicht zeigen, habt ihr ja spätestens beim Rausfahren auch gehört. Das heißt, ich mache jetzt diesen hier drauf, den vom 844 und dann fahre ich den mal rein. Lukas filmt das Ganze und ich gebe mal ein bisschen Gas und dann habt ihr mal einen Vergleich. Aber ich sage, der pfeift nicht wirklich und das klingt doch nicht schön, finde ich. Okay. also ihr seht wie ihr hört das ist nicht so lukas was hast du dazu man ganz bisschen hört man manchmal was aber das klingt falsch oder komisch das klingt komisch genau das klingt einfach komisch ich hatte den ja auch schon mal drauf auch ohne kamera und hat das mal ausprobiert für mich ich bin falsch belichtet also ich habe das ja auch schon für mich mal ausprobiert und mich hat es echt genervt dieses möchte gern dass ich ihn wieder runtergerissen habe das ist einfach falsch ich gucke die ganze an das gegen den verbeuten auspuff und anfang der scheiße noch nicht mal weiße da habe ich lieber meinen meinen nachbauauspuff dran wir können mal kurz gucken welcher marke das ist und den ausdruck den kannst du bei ebay kaufen tatsächlich für damals hat er mal gut 80 euro gepostet kiba kann man das lesen kiba die gibt es in schmal in schmaler ausführung dicke aus wo das ist schmale ausführung und einige schneiden das rohe dann ab aber das bringt auch nichts bin ich ganz zufrieden wird also wir haben sie ja damals mal einen auspuff geklaut auch nachbau auspuff die feiten die haben auch geklaut naja habe ich daraufhin diesen hier bestellt bin mit dem klang eigentlich gut zufrieden also so kennt man ihn halt und und der 840 hat der original pot drauf aber wie gesagt pfeifen das schaut mich gut dann würde ich sagen was an dieser stelle oder die kamera war dann kannst du auch noch mal ins bild mit einem mit einer hübschen frisur hier ehrlich sie ist ja du siehst doch verdammt gut aus muss man mal so sagen also anerkennen hier ja vielen dank fürs zuschauen vielen dank lukas für deine hilfe immer wieder gerne wenn ich mal ein paar säcke wieder habt denn ein paar kartoffe säcke vorbeigemacht genau wenn du welche säcke wieder hast dann dann kommst du vorbei sehr cool auf jeden fall bin ich kann ich ja schon mal ein bisschen ruhiger nachts nachts ruhiger schlafen weil ja jetzt sollte die nächsten tage frieren dann wäre das nicht schlecht ich habe die anderen habe ich schon alle mit frau schluss aufgefüllt 6 33 4 30 das ist alles fit der start war das luft gekühlt sonst ist alles safe also in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen bald geht es beim 8 44 weiter ihr seht ich sehe ich es wird immer besser und deswegen bin ich zuversichtlich dass es bald losgehen also bis denn tschüss tschau